Hallo, ich bin Gabi Hiller-Uhm aus Schleswig-Holstein, Bundestagsabgeordnete für Lübeck und 27 Dörfer im Herzogtum Lauenburg. In meinem Wahlkreis gibt es sehr viele Menschen, die sich für Flüchtlinge hier bei uns einsetzen, ihnen helfen und zur Seite stehen. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Danke für euer starkes Engagement und für das tolle Zeichen, das ihr in unserer Gesellschaft damit setzt. Meine Eltern waren auch einmal Flüchtlinge. Sie sind nach dem Krieg hier nach Lübeck geflohen. Hier haben sie eine neue Perspektive und eine neue Heimat gefunden. Deshalb lebe ich hier und ich bin sehr glücklich darüber. Diese Chance sollten wir allen Menschen in Not eröffnen und sie willkommen heißen. Ich möchte dazu beitragen und ich bitte euch, tut es auch. Herzlich willkommen, Menschen in Not. Wir geben euch eine neue Heimat. Wir geben euch eine neue Perspektive. So muss es sein. Dankeschön. Wir geben euch eine neue Heimat.